Hi Ben, du siehst besorgt aus. Was ist los? Sieht aus, als wärst du nicht so gut in Sport. Kannst du ihm helfen, Tom? Sollte heys. Was ist das, Tom? Ein nagelneuer Motor, der Ben hilft, auf dem Feld schneller zu sein? Brillant! Bist du glücklich, Ben? Zeit, dieses Spiel zu gewinnen! Wow! Ben ist super schnell! Beeindruckend, nicht wahr, Leute? Nein, nein, das andere Team kann nicht mit dir mithalten! Komm schon, Ben! Du schaffst das! Wow, du bist sogar schneller als Jerry! Gute Arbeit, Tom! Schau, wie super Ben ist! Bens Team gewinnt das Spiel! Oh-oh, sieht aus, als wären alle erschöpft! Du auch, Jerry? Glaubst du nicht, Bens neuer Motor ist zu gut, Tom? Schau, Bens Motor ist undicht! Oh-oh-oh! Oh-oh-oh-oh! Oh-oh-oh! Oh-oh-oh! Hey! Oh-oh! Oh-oh! Oh-oh-oh-oh! Oh-oh-oh! Hm! Passt auf! Oh, oh-oh-oh! Oh-oh! Oh-oh! Oh! Bist du okay, Ben? Ihr könnt nicht mehr weiterspielen? Keine Sorge, Ben. Tom findet eine Lösung. An was denkst du, Tom? Eine Pumpe. Gute Idee. Es funktioniert. Du hast es geschafft. Danke, Tom. Das Spiel kann wieder losgehen. Was ist los, Ben? Du kannst mit deinem undichten Motor nicht spielen? Kannst ihn reparieren, Tom? Geht's dir besser, Ben? Jetzt kann Ben mit seiner vollen Leistung spielen. Oh, es steht unentschieden. Schöner Spielzug, Ben. Gleich ist Schluss. Ja! Siehst du, Ben? Du musst nicht der Schnellste sein, um deinem Team beim Gewinnen zu helfen.